Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships. Ultrakiller und ich mal wieder in den Missuris unterwegs. Ich einfach nur aus dem Grund, weil ich mal Geld brauche. Es ist eine Aufgabe bei der Royal Navy. Und der Ultrakiller, weil der immer Geld braucht. Gegnerische Schlachtschiff gesichtet. Gegnerische Schlachtschiff entstanden. Das ist eine Mino. Zu langsam, ich hätte weiter vorhalten müssen. Ja, ich auch. Ach, der hat aber auch wieder eingedreht. Hätte ich sowieso verfehlt. Ich bin wieder offen. Ich bin zu. Ach, beide DDs sind ja nach A gefahren. Ja, das ist super. Äußerst clever. Eine DD. Gegnerische Schlachtschiff gesichtet. Geben Sie Flugamt für Feuer. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Wollen wir uns die Kutusauf und die Rom? Was wolltest du die holen? Die Kutusauf und die Rom. Können wir machen. Weil hier dringend ist ja sowieso jetzt. An die Mino komme ich nicht dran. Der steht hinter der Insel und nebelt. 1350 auf den DD. Ich hab noch nichts. Die Kutusauf hat 8 Kilometer Torps. Ich wollte dich nur dran erinnern. Die Roma hat 10 Kilometer. Das war unsere Siertel. Hat aber laut bumm gemacht. Ja. Der hat versucht rechts rum rumzufahren. Dann müssen wir noch aufpassen, dass die uns nicht noch was in die Seite reinhaut. Ja, wir können ja gleich. Ja, da ist doch die Kutusauf schon. Schnell gerade. Und der will Torps setzen. Ich hab mich angezündet und er hat ne Zitadelle. Da kommen sie. Da kommen sie. Ich glaub, die gehen auf dich. Ja, könnte auch sein, dass sie treffen. Soll ich mich davor schmeißen? Mach mal. Ja, die gehen verfallen. Nix ist raus jetzt. Sehen wir. Nicht mal die Secondary trifft. Oh, da hinten ist der Flugzeugträger. Ja. Prost, direkt Detonation und weg. Tritt mal was auf die Bremse, dass du was näher kommst. Falls du uns hier anfliegt. Ja, 7000 auf den Träger. Nö, ich mach immer nur so 4000 da. Ich mach aber jetzt hier erstmal die Roma. Ja, gut. Ja, brennt. Und sie kommen. 2, 7 mit 4 Treffern. Nö, die traut sich nicht. Wer denn? Die traut sich nicht. Äh, der hat mir gerade 21.000 reingedrückt. Ich meinte der Flugzeugträger. Mit den Flugzeugen. Naja, und ich mein die blöde Roma. Ah, jetzt wollen sie. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Ah, 8.000 zurück. Ne, der hat mir schon wieder 18.000 reingedrückt. Wie macht der das? Das ist doch ein Kill, beschwert ich damit. Ja, aber guck mal, der hat sich auf 30.000 runtergeballert. Ich hätte nur nur zwei Treffer verpasst und damit waren 40.000 weg. Hm. Ein Flugzeug hier ist. Äh, habe ich auch. Wie viele Punkte? 45. 64. Oh, ich kann ja reparieren. Da, steht noch was. Ja, ich habe es immer hell gemacht. Ich schieße mir über dein Köpfchen hin. Mach du. Oh, ich wache noch gerade eine Sekunde. Jetzt schieße ich. Oh. Gut, der dürfte keine Torps rausgekriegt haben. Bitte? Der dürfte keine Torps mehr rausgekriegt haben. Zumindest nicht auf mich. Ja, und wenn er auf mich welche rausgekriegt hat, bist du im Weg. Genau. Ich fange die dann ab. Ja. Wo ist der Flugzeugträger? Was machen unsere DDs? Fangen wir noch keppen, wa? Ja, wir fahren jetzt erstmal nach B. Ah, da ist er doch. Hinter der Insel. Warum wird der da jetzt sichtbar? Tja. Ich habe noch die Vorderen rausgekriegt. Gegnerischen Kreuze entdeckt. Wohl nicht getroffen. Gegnerische Schlachtschiff gesichtet. Ich bin offen durch Flieger. Gegnerischen Kreuze entdeckt. Da kommt gleich, oh, da kommen Torps, äh, Torps hier. Ich weiß auch nicht, warum er mich nicht angeflogen hat, weil ich ja nur noch 40.000 habe. Ich habe mir aber zehn Flugzeuge weggenommen. Äh, ich nur eins. Also insgesamt habe ich jetzt elf. Ich zwei. Ich bleib mal ein bisschen, ich geh einen runter, da du näher rankommst. Ich bin offen. hindenburg kommt um die ecke schießt ich brenne ich habe nur 27 gemacht ich gebe wieder gas ballern war erst noch die hinten wurden ja klar die musik 54 auch da ist eine konkurrent ist ich brenne steht aber schön breit seite guck mal 6000 auf die hindenburg 7000 und jetzt wieder auf die hindenburg offen durch flugzeug da kommen sie ich bin gegen die insel geknallt wieder nur zwei flugzeuge erwischt 16 habe ich insgesamt jetzt ich finde das faszinierend hindenburg trifft einmal bevor ich weiß ich hab's gerade auch gehabt aber ich hab mal gelöscht da ist ja die essex jetzt ist er wohl nutzlos weil er keine flugzeuge mehr hat einmal noch hindenburg dann kannst du den flugzeugträger killen ich brenne schon wieder hinten bock hat noch 951 gegnerischen kreuzer gesichtet pusten weg wir haben einen gegnerischen kreuzer versenkt wir haben jetzt gleich durch wir haben noch 20 punkte fehlen ja wie viel punkte hast 89 dank des dank der essex die sich schon stillgehalten hat habe ich jetzt 111 ach komm nicht mehr an schade ja 960.000 an kreditpunkten ja zweiter und dritter kann man doch mit arbeiten dann habe ich meine 1,5 millionen schnell zusammen also 885.000 darf ich behalten danke liebe missouri mighty moose da ist der hammer also hier kriegst du echt kohle mit ich habe aber auch fähnchen habe ich glaube ich auch drauf ja auch nur drei zeige mehr wie die essex runter geholt ja ich war ja auch fleißig ja dann sage ich mal wieder vielen dank fürs zusehen da hat man mal wieder gesehen was das doch für ein tolles schiffchen ist und hoffentlich seid ihr beim nächsten mal wieder dabei bis dann tschüss das okay das ist das